Es hängt auf Platz 5 fest an, 2, die 1, 5, 4. Das ist Sebastian Groß, Sebastian Groß auf Platz 3. Auf Platz 4. Das ist wieder Nummer 1, 2, 5. 1, 8, 5. Scheiße, Gelote. Der nächste Rauf, die 6 vorneweg. Das ist Peter von Langfeld im Rennen Nummer 12. Das ist Peter von Langfeld auf der 1, auf der 2, die 45. Paulus an Ehen, an 4, kämpft sich jetzt. Luca Flassack, auch Platz 4. Aber er kämpft den Eifahrer vom Team Team, auch so an. Und Platz 4.